Herzog Max bricht nach Schwarzenbach zu den Brauners auf, aber eine Explosion im Bergwerk verdirrt das Wiedersehen. Sissi packt eilig ihre Koffer, als Franz sie nach Wien ruft. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Prinz, ich seh. Aber das bin ja ich. Inzwischen hat Sophie Franz nach Schwarzenbach geschickt, wo er mit Max zusammentrifft. Und bitte, Franz, sag Max zu mir, ja? Sissi erfährt am Palast einen einsamen und eisigen Empfang. Sie weiß nicht, dass sie Toni als blinden Passagier im Gepäck hatte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sissi 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 Oh, ich muss immer noch träumen. Oh nein, ich muss immer noch drama, drama, Rosie. Oh nein, die riechen ja himmlisch. Ach, Franz, du hast wirklich an alles gedacht. Franz! Oh, mein Hochhals! Prinzessin, wie können Sie einfach aufstehen? Naja, ich bin aufgewacht und hab gedacht... Tun Sie das nie wieder. Sie müssen warten, bis wir bei Ihnen sind, um Ihnen zu helfen. So verlangen es die Regeln des Protokolls. Greifen, ich hab mich noch nie sehr um das Protokoll gekümmert. Nun, wenn die Prinzessin mir bitte folgen wollen, wir werden jetzt fortfahren mit ihrem Bart, mit ihrer Frisur, mit ihrer Garderobe und mit dem Anpassen ihrer Kleider für diese Woche. Kleider für diese Woche? Wie viele sind es denn, Gräfin? Nun ja, ich denke so etwa 35, Eure Hoheit. 35 Kleider, sagen Sie? Aber das macht... Oh Gott, oh Gott, also... Fünf Kleider pro Tag? Das ist das absolute Minimum, Prinzessin. Wir müssen ganz vorsichtig sein, Pucki. In solchen Palästen schleichen überall Diener rum. Sissi hier zu finden, wird gar nicht so leicht sein. Oh, Trink. Franz? Oh, du siehst ja schrecklich aus. Du bist noch verdreckter als das Zimmer, das man mir hier reserviert hat. Ein richtiges Rattenloch. Du musst etwas dagegen unternehmen. Wir werden uns später darum kümmern, Helene. Karl! Schön, dich hier zu sehen. Geht's gut, Karl? Ich hab Arbeit für dich. Ja, es geht mir gut. Und dir? Mir geht das auch gut. Jetzt jedenfalls wieder. Nun ja. Danke für den reizenden Empfang. Oh je. Guten Morgen, Caspar. Guten Morgen, Gräfin Mathilde. Also, was halten Sie von unserer Prinzessin? Sie ist ein bezauberndes Geschöpf. Bezaubernd und charmant. Ausgesprochen charmant sogar. Nichtsdestoweniger befürchte ich, dass sie Schwierigkeiten haben wird, den Regeln des Protokolls zu genügen. Das ist überaus bedauerlich. Das Protokoll ist alles. Denn ohne Protokoll keine Monarchie mehr. Oh. Und wenn's die Monarchie nicht mehr gibt, was wird dann aus uns? Das ist völlig richtig, lieber Caspar. Ach, übrigens, ähm, hast du die Anweisung ihrer Majestät an das gesamte Personal weitergeleitet? Aber natürlich, Gräfin Mathilde. Keiner wird je ein Wort an Prinzessin Elisabeth richten. Obwohl ich nicht weiß, wozu das Ganze gut sein soll. Tja, kleiner Pucki. Ich hab das Gefühl, dass das für Sissi kein Honig schlecken wird hier im Palast. Atchoo! Gesundheit, Caspar. Aber das war ich nicht. Wer versteckt sich da? Das ist ein... Ein Geist mit, mit Schnupfen. Sissi, Hilfe! Sissi! Oh, ein Riesengeheimgang, Pucki. Tja, hier rumpeln wir wenigstens nicht in blöde Diener. Los, komm, wir müssen weiter nach Sissi suchen. Oh. Oh. Gibt es immer nur Drama? Das ist sogar noch hübscher als die anderen Kleider. Finden Sie nicht? Nun, äh, vielleicht die drei Damen. Was finden Sie? Geben Sie mir Antwort. Sagen Sie, was ist los mit Ihnen? Prinzessin, bitte unterlassen Sie es, die Hofdamen zu Äußerungen zu drängen. Sie überwaffen nur die Einhaltung des Protokolls. Mir und nur mir ist es gestattet, mit Ihnen zu sprechen. Ah, ich verstehe. Das wird aber sehr langweilig. Warten Sie, was ist mit Franz? Ihm muss doch erlaubt sein, mit mir zu sprechen. Oh, 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 oh. Aber ich bitte Sie, Prinzessin. Nein, 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 so nicht. Sie brauchen noch ein rosa Haarband aus Taft. Rosa! Meinen Sie wirklich, dass das nötig ist, Gräfin Mathilde? Das Protokoll? Schreibt es vor. Caroline, bring das rosa Taftband. Rosa, Haftband! Schnappt euch diese Kreatur los! Aber was ist denn, das ist da wohl ein Zweifel? Halb doch bitte! Karl, ich weiß, du hast keine Erfahrung in der Versorgung von Verletzten. Aber du wirst hier gebraucht und ich bin sicher, Helene steht dir zur Seite. Aber... Lassen Sie mich das machen! Nein, sind Sie aber wehleinig. Es ist nur, na ja, Baroness von Großberg. Was ist denn? Na ja, sein anderer Ohr missverletzt. Du guter Gott, Helene wird keine große Hilfe sein. Wenn nur... Augenblick. Ich habe eine Idee, ich bin gleich wieder zurück. Entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wie ich zum Arbeitszimmer von Prinz Franz komme? Guck, guck, ich rede mit Ihnen. Ach, Sie folgen bestimmt peinlichst genau dem Protokoll hier. Keine Angst, Lust zu Tornik. Ich werde ihr schon die Flügel stutzen. Aber das ist doch Kaiserin Sophie. Majestät! Aber... Elisabeth, was... Was hast du hier verloren? Papa Maul, pass auf! Freu den Kram! Aber... Dämon! Fürst, können Sie diesen wild gewordenen... ...schwarzen Teufel nicht unter Kontrolle bringen? Schwarz! Sag ich, fähl mal ruhig! Fürst zu Tornik, sperren Sie diesen penetranten Papagei ins Vogelhaus. Aber Majestät, das ist... Sei still, Elisabeth. Wie kannst du es wagen, hier einzudringen, ohne die Erlaubnis zu haben? Ich habe... Ich habe ja nur Franz gesucht. Franz ist weit fort von hier mit einem Spezialauftrag. Der Kronprinz erfüllt seine Pflicht für die Monarchie. Eure Majestät, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe versucht, sie abzuhalten, aber sie ist einfach... Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als mich persönlich um deine Erziehung zu kümmern, liebes Kind. Aber Majestät, ich muss Franz sehen. Du unverschämtes Ding! Hier bin ich es, die entscheidet, was du tun musst. Und mit deiner Erziehung fangen wir jetzt sofort an. Und Plapper Maul? Du wirst dieses gefiederte Ungeheuer hier am Hof zukünftig nicht mehr brauchen. Also beginnen wir jetzt mit deiner Erziehung. Gut, ich wiederhole, meine Sissi, stopp. Komm mir schnell hierher nach, stopp. Wir brauchen dich hier, stopp. Ich... Ich liebe dich. Ganz genau. Das ist schon viel besser. Du lernst erstaunlich schnell, liebes Kind. Gräfin Mathilde... Sehr wohl. Hier eine Auflistung der Persönlichkeiten, denen du als Mitglied der kaiserlichen Familie die Hand zum Kuss erreichen darfst. Und hier das Handbuch der Begrüßung von Gesandten. Außerdem der Katalog der Gewänder, der Schuhe und Hüte, die für die kaiserliche Familie reserviert sind. Du musst all das und noch weit mehr auswendig lernen. Aber ich kann doch unmöglich alles auswendig lernen. Du wirst keine andere Wahl haben, Elisabeth. Wenn du beabsichtigst, dich mit meinem Sohne zu vermählen. Eine Dembecher! Eine Telegramm für die Prinzessin! Eine Telegramm für die Hohenheit, Prinzessin Elisabeth! Wir von Gottes Gnaden aus erwählt und berufen, verfügen die folgenden Prinzipien. Hey, hörst du das, Pucki? Das klingt wie Sissi. Das ist eines einfachen, eleganten Anhebens des Rechtsunterarms. Ja, das ist Sissi! Personen von hoher Geburt, denen die Ehre einer bevorzugten Behandlung durch die Krone zukommt, sind... Alle Mitglieder kaiserlicher, königlicher Familien, ihrer Nebenlinien, Herzöge, Magdaten... Eine Telegramm für die Prinzessin Elisabeth von seiner königlichen Hoheit, Prinz Franz. Franz! Die Stunde ist noch nicht vorbei, Prinzessin! Aber das Telegramm ist für mich, es gehört mir! Nun ja, nun ja. Ich bestehe darauf, mein Telegramm zu lesen. Mein liebes Kind, du wirst begreifen müssen, dass alles, was deine Person angeht, zuerst mir vorgelegt werden muss. Was du wissen musst, ist, Franz ist wohl auf. Das ist alles. Fürst zu Tornik, verwahren Sie dies an einem sicheren Ort. Das lasse ich mir nicht gefallen! Oh! Bringen Sie sie augenblicklich zurück, Reifin! Ich glaube, diesmal müssen wir Sissi und Franz helfen. Erstens, wir suchen uns eine passende Tarnung. Zweitens, wir holen das Telegramm zurück. Drittens, wir bringen es zu Sissi. Mh, klingt nach einem harten Stück Arbeit. Sorgen Sie sich nicht, Frau Brauner. Wir werden nicht ruhen, bis wir Ihren Mann und den letzten Verschütteten dort unten rausgeholt haben. Los, gehen wir, Max! Erfallen Sie uns. Mein Schnuffel Was um alles in der Wo kommst du denn her, oh Schnuffel Ich freue mich ja so, dich zu sehen Lass das Schluss damit Was ist das schon wieder für ein Vieh Das ist Schnuffel, mein Hund Er muss von Possenhofen bis hierher gelaufen sein Um direkt im Zwinger zu landen Gräfin Mathilde Nein Ich verstehe das nicht Wie kann Hans nur so nett sein Und eine Mutter haben, die so unbeschreiblich Hartherzig ist Du aufsässiges kleines Ding Keine Angst, ich werde dich schon noch zähmen Und ich weiß auch schon etwas, um dich ruhig zu halten Also, wie sehe ich aus? Hey, jetzt komm schon, Pucki Hab keine Angst, ich bin's doch Gehen wir los Wir müssen das Arbeitszimmer von Zotonic finden Da ist bestimmt das Telegramm Wenn eure Majestät mir die Ehre erweisen würde Wie lang muss ich denn noch so stehen? Man, nicht bewegen, Signora Principessa Schau mal, Elisabeth Ich bin nicht von Natur aus grausam Es sind die Pflichten des Hofes, die so unerbittlich sind Aber du wirst dich sehr bald daran gewöhnt haben Hab keine Angst vor deinem lieben Onkel Zotornik Das hier ist auf jeden Fall besser als ein Vogelkäfig Los, komm Dämon Sehen wir mal nach, was unser kleiner bayerischer Gast macht Oh Aha Oh nein Keine Angst, mein gefiedrter Freund Der liebe Onkel Zotornik wird nur für ein paar Minuten weg sein Sei schön brav Schwein gehabt Huh Toni Ich muss immer noch drama Drama, Mose Der liebe Onkel Zotornik Shhh, Mose Aber Mose, sei leise Was ist los, Dämon? Hörst du irgendwo spitzen? Los, schnapp sie dir Du darfst mir diese Schmeißfliegen nicht entkommen lassen Hey, da ist das Telegramm Mal Schwarze, sei leise Ich hoffe, du machst Haselnüsse. Oh, bitte, bitte, Elisabeth, Haltung einnehmen. Hilfe, der Geist, oh nein, der Geist, die Schnupfeste. Was, um alles hinter... Hilfe, du Hilfe, der Geist mit dem Schnupfeste. Hilfe, du Hilfe. Elisabeth, beruhige dich augenblicklich. Gräfin Mathilde, tun Sie schon etwas. Ma, wie eine große Katastrophe. Meraviglioso, fantástico. Oh, was für eine Meistersgrunz. Mama Mia, meine neue Modelle. Komm, wir tun uns. Aber, der Geist. Jetzt reicht es aber. Seit du hier im Palast bist, Elisabeth, geht alles drunter und drüber. Mach jetzt, dass du in deine Gemächer kommst. Du wirst dort bleiben, bis ich dir etwas anderes sage. Es wird geschehen, wie Sie es wünschen, Eure durchlauchtigste Majestät. Wie mir scheint, beginnt meine Methode, bereits Früchte zu tragen. Da drüben. Hier sind sie. Mein Gott, sie leben. Los doch, helft mir. Ja, stell dich dagegen, Johann. Wir sind hier. Wir sind richtig, das ist Brauner. Und so. Der Herzog hier. Ja. Na, das gibt es doch gar nicht. Und Sie auch, Prinz Franz. Das ist doch nicht möglich. Ich glaube, ich muss drama. Nein, wir sind das wirklich, Herr Brauner. Wir werden es Ihnen erklären. Aber jetzt beeilen wir uns besser. Johann kann die Stütze nicht mehr lange halten. Na also, das war der letzte Männer. Los, schnell, Franz. Der Stolz dürfte sein. Geh schon. Ich kann Johann hier nicht allein lassen. Aber, Franz. Tu, was ich sage, Max. Rechten Sie durch, Johann. Ich hole eine zweite Stütze. Nein. Nein. Kommen Sie. Gehen wir zu den anderen. Herr Hoheit. Keine Angst, Franz kommt schon. Oh, zieh Sinus rauf. Halt nicht auf Sie. Nicht auf Sie. Halt nicht. Verkennen Sie. Sehen Sie, Frau Brauner. Hans lebt. Aber wo ist Franz denn? Er ist noch unten mit Johann. Wir müssen auf dem schnellsten Weg wieder runter. Es könnte eine neue Explosion geben. Oh, nein. Oh. Komm mir schnell hierher nach. Stopp. Wir brauchen dich hier. Stopp. Ich liebe dich. Stopp. Franz. Ich komme zu dir, Franz. Jawohl, ich komme. Ich komme. Ich bin mir einfach. Ich bin immer noch kein Herz. Ich bin immer noch kein Herz. Ich bin immer noch ein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020